Oh, sind das die vier Elemente? Wie funktioniert das? Mal sehen. Oh, Feuer hat gewonnen. Zu dunkelblau. Zu hellblau. Das gefällt mir nicht. Wie findest du das? Nein, kann ich mir das Shirt mal ansehen? Klar, probier's an. Stier. Ah. Ja, das steht mir. Tolle Wahl. Hi. Du bist süß. Schütze. Wie wär's damit? Verfehlt. Verfehlt. Schon wieder. Schon wieder daneben. Vor der wahren Liebe kann man nicht weglaufen. Ziel und Feuer. Das ist so gemein. Obwohl, er ist irgendwie süß. Die sind echt seltsam. Steinbock. Ich werde etwas von dem hier hinzufügen. Oder von dem? Ach, ich nehme beides. Oh nein, schon wieder. Das passiert jedes Mal. Wassermann. Du hast hier nichts zu suchen. Raus hier. Was ist denn mit der los? Skorpion. Halt den Fahrstuhl auf. Sorry. Bye. Der ist echt gemein. Mein Akku ist leer. Hey. Oh, der Akku vom Smartphone ist leer. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Sorry, Kumpel. Ich weiß es nicht. Aber jetzt weiß ich es. Ich muss noch ein Fenster sauber machen. Ich muss niesen. Tut mir so leid. Oder auch nicht. Jungfrau. Oh, du bist umwerfend. Deine Hände sind so weich. Gib mir einen Kuss. Nein. Nein. Hygiene ist wichtiger. Was machst du da? Tut mir leid. Jetzt bin ich bereit. Das passiert, wenn ihr ein Date mit dem Sternzeichen Jungfrau habt. Nicht gucken. Donut Lieferung. Super, danke. Ein glasierten Donut für dich. Danke. Und dieser ist für dich. Möchtest du einen Donut? Nein. Nein. Der ist voller Keime. Komm schon. Weg da. Was macht der da? Erledige ihn. Na los. Wir verlieren wegen dir. Leute. Tut mir leid. Die Tasten sind irgendwie schwer zu treffen. Meine Hände sind wie Klauen. Ich liebe es, heiß zu duschen. Löwe. Morgens trinke ich immer ein Glas Wasser. Der Arbeitstag hat schon begonnen. Wo ist der? Dave? Hier ist der Be-B-Bericht. Die richtige Motivation ist der Schlüssel zum Erfolg. Es ist Zeit. Wer ist heute meine Beute? Hab dich, Hähnchen. Lecker. Meine Beute. Samantha? Was? Äh, nichts. Schere Steinpapier. Schere Steinpapier. Du hast verloren, Loser. Zwillinge. Happy Birthday. Wow. Bald ist alles vorbei. Ein Partyknaller. Der geht nicht. Deine Torte. Wow. Oh. Ich bin so alt. Ein Geschenk. Wow. Ich liebe Geschenke. So eins hab ich schon. Was für eine ungerechte Welt. Na los. Es ist Zeit für eine neue Frisur. Wieso? Meine Haare sehen noch gut aus. Wilder. Wilder. Ein Moment. Ein Moment. Hände weg. Nein. 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 Ich bin so alt. Wilder. Ein Moment. Hände weg. Ich glätte deine Haare. Ah. Das finde ich nicht. Das finde ich nicht. Hm. Was? Was machst du denn da? Oh. Ich krieg immer, was ich will. Hm? Was? Du bist so dickköpfig. Ich weiß. Hä? Und zwei. Und drei. Warte. Sieh mal. So hebt man Gewichte. Du machst das falsch. La 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 la. Ha. Und eins. Und zwei. Du willst Krafttraining machen? Ich zeig dir, wie's geht. Du hebst die Langhante. Nicht dich selbst. Bla bla bla. Es ist hoffnungslos. Jetzt bockse ich ein bisschen. Hm? Schon wieder. Boxhandschuhe? Nö. Autsch. Ich finde, wir müssen den anderen Weg wählen. Hm? Wer ist das? Was ist mit dem los? Fische. Hey. Hey. Ich hab mir das wohl nur eingebildet. Hm. Ein leckerer Wurm. Lecker. Steinbock. Das ist unser Umsatz für diesen Monat. Wir müssen aber besser werden. Langweilig. Langweilig. Ihr seht deutlich, wie sich die Einnahmen verändern werden. Langweilt er sich nicht? Diese kleinen Fische sind so süß. Mike, du tust es schon wieder. Pass auf. Ja, klar, Chef. Was soll ich wählen? Hi. Brauchst du Hilfe? Nein, danke. Ich gucke mich erst mal um. Hm. Das oder das? Waage. Ich kann mich nicht entscheiden. Hm. Hm. Der blaue oder der hier? Gut. Ich nehme einfach beide. Ups. Ich habe wohl zu lange gebraucht. Sorry. Wie fandet ihr unsere Sternzeichen? Schreibt uns, welches Sternzeichen ihr seid. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst doch ein Kommentar da. Drückt doch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.